Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, in dem ich euch erklären möchte, wie ihr euer Forenpasswort zurücksetzen könnt. Dazu benutzen wir unseren im vorherigen Tutorial erstellten Test-Account. Es gibt zwei Wege, wie ihr die Kennwort vergessen Funktion aufrufen könnt. Entweder ihr klickt oben auf den Anmelde-Button und dort dann auf Kennwort vergessen oder ihr benutzt die momentan noch verfügbare Ankündigungsbox, in der darauf hingewiesen wird, dass ein neues Passwort angefordert werden muss, wenn der Login nicht funktioniert. Dort dann einfach auf hier klicken drücken. Nun könnt ihr auswählen, ob ihr euren Benutzername oder eure E-Mail-Adresse verwenden wollt. Im Prinzip ist es eigentlich egal, solange ihr euren Benutzer-Account mit einer gültigen E-Mail-Adresse registriert habt und eine gültige E-Mail-Adresse benutzt habt bei der Anmeldung, dass ihr die E-Mails auch empfangen könnt. Testweise benutze ich jetzt erst einmal einfach den Benutzernamen Test-Account. Anschließend gebe ich noch den gerade etwas sehr schlecht zu erkennenden Sicherheitscode ein, um zu bestätigen, dass ich ich bin und bla bla, ihr wisst ja, und drücke anschließend auf Absenden. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail und da ist sie auch schon. Im E-Mail-Postfach angekommen, findet ihr diese E-Mail ebenfalls wie im letzten Video erklärt von katkonforum-email.com, indem ihr auf diesen Link klicken müsst, um ein neues Kennwort anzufordern. Dort klicken wir jetzt einmal drauf und jetzt bekommt ihr eine weitere E-Mail mit eurem neuen Kennwort. Diese E-Mail sieht dann so aus. Hallo Test-Account, ihr neues Kennwort für die Webseite katkon.de lautet und dort ist dann euer Passwort. Mit diesem Passwort könnt ihr euch dann jetzt einloggen. Ich mache das einfach mal testweise, geht hier auf Anmelden, Test-Account und jetzt rechtsklick einfügen, dass ihr seht, dass das auch alles so stimmt und ich wurde erfolgreich angemeldet. Im nächsten Tutorial erkläre ich euch dann, wie ihr euer Passwort ändern könnt, das ihr jetzt bekommen habt. Bis zum nächsten Mal.